Zwischen 16. und 19. April haben internationale Player des Straßen, Wasser, Schienen und Luftfahrtverkehrs ihre Ideen und Innovationen auf der größten Verkehrsforschungskonferenz Europas, der TAA, in Wien präsentiert. Nach der feierlichen Ansprache der EU-Verkehrskommissarin Violetta Bulls hat Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer über die Wichtigkeit und den Ausbau digitaler Infrastruktur referiert. Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung waren die zentralen Themen der insgesamt 650 wissenschaftlichen Präsentationen und Diskussionen. Und die Experten sind sich einig. Nutzerinnen müssen frühzeitig aktiv eingebunden werden und verstehen, wie effiziente Verkehrssysteme funktionieren. Mittelfristig wird die größte spürbare Veränderung sein, dass die Informationen, die zum Kunden und zur Kundin kommen, zielgerichteter sind. Aber primär als Ausführer ist unser Fokus, wir stellen Infrastruktur zur Verfügung und ermöglichen es den Kundinnen und Kunden zu entscheiden, wie sie moderne Antriebsformen einsetzen und verwenden. Der Trend zeigt, weg von Individualverkehrssystemen hin zu einer gemeinsamen Intelligenz. Der Einsatz neuer Technologien für eine direkte Kommunikation von Verkehrsinformationen spielt auch bei der ASFINAG eine wesentliche Rolle. Im Tunnelbereich haben wir sehr viel Sensorik eingesetzt. Wir haben, wie gesagt, akut eines der innovativsten Systeme in Anwendung, wo sie Geräusche sofort erkennen und noch schneller reagieren können als über eine Kamera. Sie haben, wie gesagt, Sensorik, wenn jemand verkehrt in den Tunnel einfährt. Sie haben Brandmeldesysteme. Laut Experten werden künftig rund ein Drittel aller Fahrzeuge rein elektrisch unterwegs sein. Der Rest fährt mit Verbrennungsmotoren sowie Hybridsystemen. Wasserstoff lässt sich innerhalb von Minuten, wie man es heute mit Benzin und Diesel gewohnt ist, wieder volle Reichweite nachtanken. Und damit kann man die Überlandmobilität besser und attraktiver darstellen und ähnlich komfortabel wie heute. Im städtischen Bereich wird sich das batterieelektrische Fahrzeug aus unserer Sicht sicher durchsetzen. Neben E-Fahrzeugen werden auch selbstfahrende Autos unumgänglich. Ich glaube, dass die Akzeptanz nicht so das Problem ist. Vielleicht sogar ganz im Gegenteil, dass die zu große Akzeptanz ein Problem sein kann. Weil wenn dann jeder gerne sich chauffieren lassen möchte vom automatisierten Auto von Tür zu Tür, dann wird das die Leute dann eher weg vom öffentlichen, von Massentransportmitteln und auch weg vom Fahrrad und weg von zu Fuß gehen bringen. Weil wir sind als Menschen so programmiert, dass wir es möglichst einfach und gemütlich haben wollen. Dann haben wir zu viel Verkehr. Also da müssen wir uns schon damit auseinandersetzen, dass wir das als sinnvolle Ergänzung zu den jetzigen Verkehrssystemen einsetzen können. Sinnvolle Ergänzungen und Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden. Daran arbeitet die ASFINAG mit ihren Partnern auf Hochtouren. In diesem Sinne, freie Fahrt in eine neue digitale Verkehrsära. Ready for the future. mortar 斯 Hongle Gах Köln 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 Köln